Alle persönlichen Stücke, von jedem Tänzer unterschiedlich gestaltet, haben den Abend so spannend und auch aufregend gemacht, denn jedes einzelne Stück hat eine eigene Hand Die Reaktionen des Publikums sind auf der kleinen Bühne viel präsenter als auf der großen Und das macht das Ganze noch persönlicher, als es eigentlich schon ist Was es zu einer großen Herausforderung macht, diese alle hintereinander an einem Abend zu zeigen